Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Algorithmen, Datenstrukturen und heute mit dem Radix LSD Sort natürlich, den wir auf zwei verschiedene Arten implementieren wollen, heute mit der ersten Art und Weise und zwar so wie wir ihn gerade kennengelernt haben, nämlich, ja, so wie wir ihn alle kennen und lieben, indem man einfach die einzelnen Ziffern sortiert. So, als erstes mal brauchen wir Random, weil wir später tatsächlich uns eine gewisse Liste erstellen werden und zwar eine Liste L mit, ja, sehr vielen verschiedenen Zahlen natürlich, random.randint und zwar zwischen 0 und 999, damit wir exakt drei Stellen haben. Wie gesagt, hier einstelle ich hier maximal drei Stellen. Wir können das natürlich auch machen bis mit vier Stellen und so weiter und so fort. Das dürft ihr euch dann selbst aussuchen. Ihr könnt das ja mal selber probieren. So, und das wollen wir machen mit insgesamt, ähm, sagen wir einfach mal 100 verschiedenen Zahlen, Zahlen hier drin in dieser, äh, in dieser wunderbaren Liste. Natürlich brauchen wir auch immer dann am Ende die Ausgabe davon und zwar wollen wir hier das Ganze mit Radix sortieren und zwar die Liste L und ja, die wollen wir natürlich ausgeben. So, unsere Aufgabe ist jetzt hier natürlich den, äh, das Radieschen zu implementieren, was eine Unsorted List übernimmt und uns natürlich wieder eine Liste auch rausgibt, die am Ende dann sortiert sein sollte. Okay, zunächst einmal ein kleines bisschen außenrum sozusagen und zwar, wenn wir hier eine unsortierte Liste mit Länge kleiner oder gleich 1 haben, also sprich ein oder kein Element oder negative Elemente, falls Bugs, äh, dann werden wir hier einfach die unsortierte Liste zurückgeben. Das ist einfach nötig, ansonsten funktioniert unser Radix sort nicht richtig. Und ja, jetzt sagen wir hier, okay, wir müssen jetzt das Ganze sortieren. Und jetzt ist natürlich wichtig zu sehen, was für eine Basis wir haben. Also, ob wir jetzt hier Binärzahlen haben, also ein kleines Beispiel hier, Binärzahl wäre sowas hier, oder ob wir eine normale, ähm, also für uns normale Dezimalzahl haben, wie zum Beispiel 999. Ähm, in 999 kann ich natürlich sehr viel mehr reinpacken bei derselben Länge als in Binär, weil ich eben 10 Ziffern zur Auswahl habe. Aber ich kann, muss mir hier das irgendwie speichern. Und hier sagen wir jetzt einfach mal, wir nehmen uns eine Basis 10. Und in diese Basis 10, naja, da passt natürlich auch hier wunderbar die 999 rein. Also, wie gesagt, wir haben hier diese Randins für uns Menschen lesbar erstellt. So, da wir jetzt natürlich nicht genau wissen, wie viele Stellen wir hier drin haben, weil wir ja hier nicht wissen, ob wir so eine Liste haben oder ob wir nur so eine Liste haben, müssen wir das Ganze natürlich hier erstmal rausfinden. Das heißt, was wir machen ist, wir ziehen uns erstmal das Maximum. Und ja, das ist ein kleines bisschen gecheatet, aber ihr könnt das Maximum auch selbst implementieren. Das kann man durchaus machen. Und zwar ziehen wir uns das Maximum aus unserer Unsorted List. Und naja, das gibt uns natürlich an, wie groß das Ding eigentlich ist. Das heißt, in unserem Fall wird als Maximum irgendeine wahrscheinlich dreistellige Zahl rauskommen, weil wir hier 100 Zahlen generiert haben. Könnten natürlich auch alle zweistellig sein. Das wäre dann ein bisschen unglücklich oder glücklich, je nachdem. Und ja, das Maximum wird uns eine dreistellige Zahl geben. Und jetzt bauen wir uns hier noch einen Faktor, der am Anfang natürlich 1 ist. Das ist, ob wir die Einer, die Zehner oder die Hunderter miteinander vergleichen wollen. Und was wir jetzt machen ist, wir machen solange diesen Vergleich, den wir ja die ganze Zeit gemacht haben, und zwar solange bis der Faktor endlich größer ist als das Maximum. Das heißt, solange der Faktor kleiner oder gleich, wie das Maximum ist, werden wir hier diese Partitionen aufbauen. Also diese Listen basierend auf diesen einzelnen Stellen. Und ja, das machen wir jetzt als allererstes mal, indem wir eine leere Partition quasi erstellen. Also Partition ist gleich so, wie sehen die leeren Partitionen für uns aus? Naja, es sind Listen. Aber jede einzelne Partition ist eine Liste. Und insgesamt haben wir natürlich auch noch eine Liste aus allen Partitionen. Und naja, wie viele einzelne Listen brauchen wir denn? Und wenn wir uns mal ganz kurz daran erinnern, wir hatten Einser, also quasi die, die auf Eins enden, die, die auf Zwei enden, die, die auf Drei enden, Vier enden, Fünf, Sechs, Sieben, Acht und Neun enden. Und natürlich die, die auf Null enden. Das heißt, wir haben insgesamt zehn Partitionen, beziehungsweise nein, eigentlich zehn Listen innerhalb der Partitionen. Das bedeutet, wir brauchen hier drin insgesamt natürlich zehn dieser Listen. Das heißt, wir sagen hier vor Bodenstrich in Range von zehn. Aber was ist denn zehn? Naja, unsere Basis natürlich. Wenn wir hier mit Binär zum Beispiel arbeiten, haben wir nur zwei als Basis. Also brauchen wir hier nur zwei Listen innen drin. Weil es wird keine andere Endung geben, außer Null oder Eins. In unserem Fall gibt es eben Endungen von Null bis Neun. Und ja, deswegen müssen wir hier mit dem Ganzen bis hin zu Neun gehen. Also von Null bis Neun. Okay, wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt schon mal diese ganzen Listen. Jetzt müssen wir die ganzen Items in unserer unsortierten Liste nur noch an die richtige Liste dranhängen. Also for i in Unsorted List. Und ja, wie hängen wir die jetzt in die richtige Partition an? Nun, wir müssen erstmal rausfinden, welches eigentlich die richtige Partition ist. Das heißt, die Zahl, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel 1337. Okay, im ersten Durchlauf ist die richtige Liste, also die richtige Liste innerhalb unserer Partition hier, ist die 7. So, wie bekommen wir jetzt die 7? Naja, wir müssen irgendwie mit dem Faktor arbeiten, denn beim zweiten Durchlauf muss es hier die 3 sein. Das heißt, irgendwie mit dem Faktor. Okay, wenn der Faktor jetzt im ersten Durchlauf 1 ist, dann wollen wir die 1 haben. Das heißt, wir wollen hier die 7 haben. Also, was berechnen wir? Nun ja, im Endeffekt eigentlich bloß Partition von... So, und jetzt eine kleine Berechnung hier. Ich werde jetzt hier einfach mal das Ding Index nennen. Ja, da, wo wir quasi hinwollen. Die indexte Liste, die wir quasi beschreiben wollen, in die wir das i-Element hier anhängen wollen. Okay, nun, welches ist denn die richtige Liste? Das ist abhängig von i und abhängig von unserem Faktor. Also, müssen wir natürlich erstmal ausrechnen, i geteilt durch den Faktor, allerdings bitte nur eine ganze Zahl. Das macht dieses Doppelte geteilt hier. Bitte nur eine ganze Zahl. Und, naja, dann bekommen wir jetzt hier quasi in unserem Fall erstmal 7 raus. Weil i durch, also 1337 durch 1, also durch 1, ist natürlich erstmal 1337. Also, weil, naja, wir teilen durch 1. Was genau soll passieren? Okay, 1337. So, wie bekomme ich jetzt hinten die 7? Naja, das mache ich genau mit dem Modulo. Und zwar Modulo durch was? Naja, am besten durch 10, weil ich möchte ja hier die 10er haben. Also quasi das, was ganz hinten steht. Also bekomme ich hier die 7 raus. Wobei das mathematisch nicht korrekt ist. Ich müsste hier eigentlich direkt das Modulo 10 reinschreiben. Modulo 10, so. Jetzt ist es richtig. Okay, also bekomme ich hier die 7 raus. Und das ist ja genau das, was ich möchte. Also i durch Faktor. Und zwar das Ganze noch bitte Modulo der Basis. Weil die Basis ist ja quasi dafür wieder verantwortlich. Also Bodenstrich Base. So, wenn ich jetzt das mal für die zweite Stelle mache, dann wird unser Faktor ja hier dann 10 sein. Das müssen wir noch implementieren. Das haben wir noch nicht gemacht. Aber das ist im Endeffekt so das, was wir haben wollen. Weil wir wollen, wenn wir quasi den zweiten Durchlauf haben, dass der Faktor 10 ist. Wenn wir hier 1337 durch 10 teilen und nur eine ganze Zahl rausbekommen, dann haben wir hier theoretisch, wenn wir 1337 durch 10 teilen, 133,7. Also 133,7. Die 7 fressen wir, weil wir nur ganze Zahlen nehmen. Also wird immer abgerundet. Der Rest wird einfach rausgeschmissen. Also sagen wir hier 133. Ja gut, okay. Und das Ganze Modulo 10. Naja, das ist natürlich die 3, weil wir quasi alles abschneiden, was vorne dran ist. Und so gehen wir quasi einmal komplett da durch. Das heißt, wir schneiden uns erstmal alles ab, was hinten dran ist, durch dieses Geteilt durch Faktor. Und dann schneiden wir uns ab, was alles vorne dran ist, durch dieses Modulo 10. Und so schneiden wir uns quasi unsere Zahl zurecht. Und damit bekommen wir jetzt auch die Liste, in die wir das Ganze reinhängen wollen, nämlich in Index. Also sagen wir hier einfach idx. Also Index. Und naja, was wollen wir da rein haben? Es ist eine Liste, also wollen wir natürlich unser Item da reinpacken. Also sagen wir hier, wir wollen eine Liste mit Item drin, äh mit i drin haben. Beziehungsweise, was wir auch machen können, ist hier einfach .append i. Okay? Weil wir natürlich hier oben schon leere Listen generiert haben. Das kommt ein bisschen drauf an, wie ihr das ganze Ding implementiert. Das bleibt dann euch überlassen. Das sollte ich noch ganz dringend wieder reparieren, sonst wird das nichts mehr werden. Okay. So, jetzt haben wir hier natürlich erstmal nichts. Okay? Weil wir haben jetzt hier die Partition gebaut, aber die Partitionen sind immer noch nicht unsere Liste. Also wir haben ja jetzt hier diese Partition, wenn wir hier durch die komplette Liste durch iteriert sind, sind wir hier quasi fertig. Aber jetzt müssen wir das Ganze noch zusammen mergen. Das heißt, diese einzelnen Listen aus unserer Partition müssen jetzt wieder eine große gesamte Liste ergeben. Okay. So, und welche Liste wollen wir denn jetzt am liebsten überschreiben, weil wir mit der weiterarbeiten wollen? Richtig, genau. Die Unsorted List. Das heißt, wir sagen hier Unsorted List ist gleich, und ja, jetzt packen wir das einfach alles da rein. Das heißt, für jede einzelne Partition wollen wir die Listen sozusagen zusammenfügen, also quasi in unsere Unsorted List hier einhängen. Das heißt, für, oder für P, für Partition, in Partition oder Partition, Unsorted List plus gleich P. So, und damit fügen wir quasi alle wieder zusammen. Und jetzt muss ich das noch machen, was ich vorhin gesagt habe. Ich muss den Faktor mal, also auf 10 bekommen. Das heißt quasi, den Faktor erhöhen, und zwar, naja, Faktor, und hier sollte ich vielleicht noch kurz ein bisschen Platz reinschaffen, damit es auch ein bisschen klarer wird. Faktor mal gleich Bohnenstrich Base. Okay? Damit bekomme ich quasi meinen Faktor von 1 auf 10, beziehungsweise von 10 auf 100, und kann natürlich dann immer das, was links davon ist, abschneiden, beziehungsweise das, was rechts davon ist, über das Modulo abschneiden, was wir hier gemacht haben. So, sehr cool. Und was wir am Ende haben, ist natürlich eine sortierte Liste, witzigerweise in der Variablen Unsorted List, weil wir die natürlich hier die ganze Zeit überschreiben, weil wir auf der die ganze Zeit arbeiten wollen. Okay? Und ja, was wir jetzt machen, ist einfach nur das Ding hier laufen lassen, und schon haben wir hier eine sortierte Liste mit 100 verschiedenen Zahlen. Ihr könnt gerne mal überprüfen, ob das funktioniert oder nicht. Was wir jetzt hier auch noch machen können, ist, wir können hier noch das Ganze ein bisschen größer machen, und ja, wir sehen hier immer noch, es ist immer noch absolut sortiert, auch wenn wir hier sogar Zahlen haben, die nur drei Stellen haben, und hinten haben wir Zahlen, die fünf Stellen haben. Alles überhaupt kein Problem, die Liste ist immer noch sortiert, und das Ganze ist wirklich, wirklich sehr, sehr schnell, weil wir eben, wie gesagt, mit ganzen Zahlen arbeiten. Das ist schon ziemlich cool. Es gibt allerdings natürlich noch den einen kleinen Cliffhanger, und zwar, man kann das Ganze noch anders implementieren, und man kann vor allem auch noch das Ganze mit binären Zahlen machen. Das machen wir dann in den nächsten paar Videos. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.